ja willkommen mein name ist dann die röp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, The Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir ein bisschen nebenquestet und mit nebenquesten meine ich Miso-Trank gekauft und diesen ein Zwerg gegeben was uns irgendwie nichts gebracht hat, deswegen habe ich noch mal geladen und wir schauen mal weiter in Zukunft und dann sind wir hier zum Stützpunkt der Abtrünnigen gelangen und haben uns hier mit Orochi getroffen aber der will uns die Rewards, die wir da ganz dringend haben wollen, nicht geben weil wir irgendwie keine Codes haben und die müssen wir jetzt beschaffen. Da ist Stück und ja deswegen laufen wir jetzt noch mal ein bisschen los hier rum und gucken wo die sich befinden, das sieht doch verdächtig aus. Wir sind aber nicht. Okay, ich glaube ich werde der Eingang, ne? Ja. Genau, wir wollen Colette natürlich retten und ganz bestimmt nicht die Rails dafür benutzen, alles mögliche andere hier zu erkunden, nachdem wir sie bekommen haben. Ich das ist doch nicht. Und ja, ich möchte mal abgucken, was jetzt passiert, wenn ich darauf so ein blaues Ding drauf mache. Hm. Ich bitte geh nicht kaputt oder irgendwie sowas. Das macht nichts. Okay, geil. So. I don't get it. Warum sind wir so blaue Dinger? Hi. Das sieht so sehr verdächtig aus. Da gehst du mal bestimmte Dinge ins. Mein Gott ist gut. So eine Karte. Ich habe so einen Code, meine ich. Wo das bekommt man sich auch voll heilen. Bei Orochi. Da kommt nicht richtig toll. Wander Blade auf. Die ganze Wagen. Mein Gott ist so ein Likonär. Ich kann erst. Schiene eignet sich für Wunderfahrungsfähigkeit. Sehr schön. Haben wir ja letztens ein bisschen rum. Die macht es. Okay. Sehr schön. Steht auch irgendwo. Oder muss ich mir notieren? Nee, die macht es. War das so gelernt? Ah, Adelas. Erhöht die KP-Menge, die man im Einsatz von Lifestyle von Gegnern genommen wird. Okay. Ich habe schon mal probiert. Ich sagte, ich habe mal eine Liste für ein Mosche. und sagen auch mal einfach in zukunft bei anderen was versuchen ja ja so das ist für idioten wie mich extra sehr schön schon so gemerkt ein bisschen zu viel gelaufen okay die macht des einzelnen die mächtigen hier mit silber also nicht so ein dinge sind nicht so ein tiara kann ja nicht besser als das dinge sein alles klar gehen wir so ein blaus hängen das habe ich fast gar nicht gesehen okay dann zeigt mal was du drauf hast da habe ich das gesagt egal wo ich dich okay nein ich möchte man mann was los so kann ich eben bewegen so jetzt gehe ich volle möhre da reiten jetzt eine weg nur kürzer oder so man muss ja mal gucken irgendwas sein nein dann wieder zurück hat sich nicht aus es ist glaube ich wichtig was ist das was natürlich haben silberpanzer sehr schön kampfgeist okay wo wird jetzt hier ich kann nicht auf die werden okay also truhe ich habe gerade ich muss ja vollen stapel baum und hat dann eine kiste bringen glaube ich ich habe schon idee irgendwie lass mich doch machen ich weiß schon was ich tue also wenn ich gar keine an oder plötzlich tue ich sage mal so ein ding oder dass der truhe hinter hallo focus ist ja gehen wir mal dann ja auch nicht was so kann ich auch hier so ein speicher ist ja schön irgendwie strom aktivieren habe ich das gefühl strom strom da ist da muss ich auch was okay wird vertagt nachher ist ja noch so ein teil hallöchen matt moselle ach jetzt sehe ich mein gott ich gar nicht erkannt von der perspektive so die weint um jetzt daheim da kommt ich auch nicht an elektronen dingen dran glaube ich aber egal ich war auf jeden fall eine schatztruhe rande das ist schon mal sehr gut im land wird aus das kitzelt was ich war ein bisschen ja sehr schön ich mag bisher da immer noch die fortsetzung des die technologie der abtrünnigen ok das war sehr kurz so viel truhe aber lavendel super die dinger die ich benutze ich kann nicht durch was ich komme nicht raus ich komme nicht ich habe mich eingesperrt nein danke kann ich das dahin schieben damit ich das erreichen kann man wie schön wir das wenn das jetzt nicht als optionale kann man auch locker aussehen reichen was man noch so ein dinge warm ist so ein höher auch mal so ein ding mehr jetzt noch hoch war kannst du kannst du kannst du mir habe ich gar keine tp probleme so wo ist er hier und das war falsch was ich habe keine ahnung gab wo sehr los war keine erfahrungsfähigkeit schon längst nicht mehr weil ich da ausprobiert haben wo nicht so was am her schön wenn das findet ihr alles optional wäre und ich folge ja ein erfolg habe mal was ist denn das gehe an den ganzen dinger treffen aber es geht doch nicht weg auf einen zustimmen ja es ist sehr spannend kann ich mir vorstellen faktor ja es ist klar dahin will ich hin da komme ich dahin da sind schon wieder so dinger die ich aktivieren kann glaube ich mein gott sehr langsam geht du wächst ja ein sehr auffälligem muster du bist pink man sehr ok sehr schön da ist schon wieder von dabei ja es ist gut ja es ist gut ja es ist gut ja es ist gut die macht des sterns ist ja wo man hat mir jetzt noch mal warte mal als bin ich sogar die dinger die ich schon habe nicht mehr nicht ein bisschen ausprobieren jetzt noch nicht mal ein geräusch das werde ich ja wohl erreichen können oder auch zur funktionsweiter ist die falsche richtung das war die falsche richtung du sollst nach unten kommen du blödes teil war man da irgendwie in naja wo ich war bei der eigenen land volle lotte naja so dass ich da auch über regel hat es schon auf voll dass er muss ja auch bei lernen so habe ich hier irgendwas geändert gesagt ja nein dass man hat jetzt hingegangen sehr jetzt hingegangen beim von wie weit muss ich natürlich muss ja von da oben abschießen aber ich habe ich nie im leben naja gehen wir erstmal woanders hin weiß ob ich überhaupt hin muss irgendwann schau ich hier noch mal um weil ich muss ja erst mal neu kurz hier sammeln und irgendwann kann ich selber ja durchgehen und was weiß ich dann kommt alles irgendwie mal da irgendwie was mir da war nur dieser eine raum wo sie einem typ vor genau dann roche halte mich mal bitte steherns ist viel glück okay dann besorgen wir noch den dritten code und gucken wir mal also nicht wo wir wenn ich alle kurz hatte welche auch bestimmt noch mal in diesen einen raum eingehen ich wissen will weil ich schon wieder bei einer eigenen land will ich da reinkommen und was ich da bekommen und was weiß ich erfahrungsgeber level 2 brauche ich nicht wo ich weiß nicht ob ich sie brauchen aber ich bin jetzt einfach nicht als karte wo sie gibt 615 immer stärker dabei sind es karten und sie wirft sie noch nicht mal irgendwie so und lässt sie irgendwie explodieren einen körper ihren gegner und zerfleisch die und was weiß ich dies schlägt damit ich verstehe nicht das sind papier karten jetzt mal ganz ehrlich hier musst du aber irgendwo hingegangen sein eine maschine auch durch neue attacken mit besser lernen wird irgendwie so ein angriff wie sie sich wie so ein jahr genau so was wie sie sich dreht und irgendwie das ganze spielfeld hier so umwechselt 15 minuten lang ok da regel du kannst du mal ruhig mal lernen hier wieder stand stärker und individualität so hier ist das ding was bringt mir das denn jetzt ich kann hier unterschmeißen oder darunter schmeißt da nicht direkt auf die maschine drauf oder so über eine möglichkeit das herauszufinden sehr schön okay aber wenigstens hier die zwei schätze habe ich so irgendwie hat gefühlt ich muss das rätsel machen aber ich bin voll überfordert damit da wie kann ich noch mal zehn raum da war ich da aber ja wo waren wir mal der raum da irgendwo da sind von wo ich gekommen bin ich glaube hier nicht mal orientation warum man da ist aber der code da drin keine ahnung aber auch gut das ist ein schatz das ist ein schatz gewesen naja diese musik kommt auch glaube ich immer immer irgendwie solchen rätsel einlagen kann sein natürlich mehr ist nur ein ich schon langsam parallel weil es ja lang sage ich war schon ein paar und sieht jetzt bin ich hier schon wieder zum ich komme nicht so weit nicht klar da war hier oben er ist nur rutsche dann noch mal hier lang muss ja dann richtig sein recht irgendwie war der ziel so verdächtig aus 1 20 minuten 1 1 an speichern und ganz locker speichern ist kein teil das teil ding oh mein gott ah ich krieg die gräser da war schon ausgaben und hier war das genau glaube ich da war ich ja schon mal überhaupt nein ich meine ja so drachenzahn und blitzschwert das sind zwei sehr schöne sachen ich bin jetzt elektrizität doppelklingen und klinge hier die ganzen waffen einfach nur so ansammeln dort heißt der eine raum da muss ich irgendwas machen ich habe ich werde aber nicht schaffen auszufinden und screen deswegen wahrscheinlich wahrscheinlich hier fünf minuten oder so versuchen auf screen zu lösen und dann ich verstehe es einfach nicht zum teil wenn ich irgendwo so ein ding aktivieren könnte nur eine einzige sich kann gar kein fenster von aktivieren warte mal was hier irgendwie war mein gedanke soll nicht so fall oder ich das ding daraus bewegen könnte das war doch perfekt aber irgendwie ich kann ja gar nicht ausbewegen dass wenn das irgendwie bewegbar wäre okay ich würde sagen ich mache hier einen schnitt und dann auf screen mal gucken wie ich das hier bewerkstelliger wenn ich dann die lösung habe dann sehen wir uns dann wieder ab also bis zur nächsten tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020